Hallo, wir sind Carlo und Angie und segeln mit unserer Fortuna an der Bavaria 40 knapp vier Wochen von 21. September 23 bis 14. September 23 in die Kykladen. Für mich erfüllte sich ein Riesentraum, mal auf eigenem Kiel durch die Caldera von Santorini zu segeln. Viel Spaß beim Zuschauen und danke fürs Mitsegeln! Unsere Überfahrt von Santorini nach Ios. Kein Wind, aber schaukelige Wellen. Wir sind auf Ios. Nachdem wir jetzt innerhalb von wenigen Tagen Milos umrundet, Santorin bereist haben, machen wir heute auf Ios in der südlichen wunderschönen Bucht Badestopp. Hintermier fährt so ein Idiot mit Jetski durch die Gegend. Und wir sind hier. Ganz, ganz schönes türkises Wasser. Strand und zurück, ohne Rheinfall. Jetzt hat das raus, der Carlo. Ja, ich bin der Meister von Saps. Ja, es macht auch richtig Spaß bei diesem schönen türkisenem Wasser. Absichtlich reingefallen. Das schöne türkisene Wasser. 25 Grad hat es. Bye-bye, Ormos Manganari im Süden von Ios. Wir waren zwei Tage hier, weil das Wasser super türkis und glatt ist. Ja, jetzt fahren wir hoch nach Ios. Also das ist jetzt praktisch der Süden von Ios. Da leider kein Wind war, motorten wir zwei Stunden nach Ios in den Hafen. Es sind neun Seemeilen. Wir legten im Süden des Hafens an mit Buganker. Wir waren da ja schon vor zwei Jahren, wo es uns super gefallen hat. Wir sind nachmittags noch am Strand baden gegangen und haben einen Cocktail getrunken und abends Gyros Pita gegessen. Wir legen ab aus Ios. Schön war es wieder. Wir sind gut an einem Sildkai gelegen, aber es war auch kein Wind. An einem Ostkai lagen nur zwei. Hier lagen zwei Moody's. 54 DS. Eine aus Delaware, eine Steueroase und ein Kantamaran. Also drei lagen hier, zwei lagen da und wir lagen hier zu 1, 2, 3, 4, 5. Wir segeln von Ios nach Antipharos. Groß im zweiten Reff, die nur im ersten Reff, 18 Knoten Wind, 35 Knoten, 35 Grad zum Wind. Aber das ist dann für die Welle auch ein guter Kurs. Sehr schaukelig. Es ist eine ganz schöne Welt. Kein Wind angesagt, also sieben Knoten. Das hat 14. 17 Knoten Wind. Scheinbarer. So, nach einer Woche sind wir im Kugladenturn angekommen, am 19. September. Wetterbericht sagt heute noch Klaute, erst morgen Wind. Aber wir haben 17 Knoten. Und fahren von Ios Richtung Ios Paros. Und wir wollen da jetzt zwischen Antipharos und Dyspotika rein. Wie geht's dir? Ja. Nach 5 Stunden Wind und Welle warfen wir mit 8 Wänden um 16 Uhr bei 3,50 Meter in türkisenem Wasser unseren Anker in Antipharos Dyspotika. Also, das ist Antipharos. Und das ist die Insel daneben. Dyspotika heißt die. Und das ist hier wohl die Dyspotika Bay. Und die ist riesengroß, steht als geschützt im Navimi drinnen. Ja, vor Wellen, vor Wind bedingten. Hier geht gerade die Sonne auf. Wir haben bei 3,90 Meter geackert. Wir beschlossen spontan, die bevorstehenden vier Meltimi-Tage in den kleinen Kükladen zu verbringen. Und so segelten wir bei 18 Knoten Wind komplett im Halbwindkurs Richtung Kufunisi. Nach der Durchfahrt donnerten wir sogar noch im Amwen-Kurs in die Traumbucht Pory Beach Bay. Leider hat diese keinen Windschutz. Und bei 20 Knoten wollten wir dort nicht stehen bleiben. So parkten wir nochmal um am Abend in die Dentist Bay, die aber nicht wirklich besser war. Huhu, der Kralo! Das Absichtliche ist in das türkisene Wasser gefallen. Jetzt muss ich schicken, damit das nicht obhaut. Wir legen wieder ab. Hier drin hat es auch noch 17 Knoten. So geil das Wasser hier ist, so türkis und so schön. Aber das ist mir zu stressig. Ganz schöne Wellen. Wir haben jetzt da drinnen in dieser Bucht gelegt und abgelegt, weil es da drinnen zwar nicht die Wellen hatte, aber den Wind. Jetzt hoffen wir, dass es da, wo wir ankommen, schöner ist. Hier waren wir letzte Nacht. 25 Knoten Wind hatten wir jetzt beim Ablegen. Jetzt hoffen wir, was Windstilleres zu finden. Ja, es ist brutal hier. Wir fohren sieben Knoten nur mit der Genua bei 28 bis 32 Knoten Wind. Als wir die Genua einholten, trieben wir sogar noch mit zwei Knoten Wind. Wie geht es dir, Carlo? Du hast gut geschlafen? Ich habe nicht so gut geschlafen, weil auch wenn ich dem Anker total vertraue, ist es doch laut, weil er ständig das an unserer Ankersicherung zerrte, wenn mal eine Böe reinkam. Also das war echt. Aber jetzt haben wir eine geile Fahrt. Bei 2000 Umdrehungen mit dem Motor kamen wir leider nur vier Knoten voran. Wir waren heilfroh, den letzten äußeren Platz in Mersini auf Schonussa bekommen zu haben und legten auch richtig gut bei 25 Knoten Seiten Wind an. Als wir uns richtig gut festgemacht hatten, kam dann leider der Hafenmeister und verscheuchte uns. Gott sei Dank hatte jemand Mitleid mit uns und bat zwei Engländer zwischen sich, die Lücke zu vergrößern und wir quetschten uns da noch rein. Umso geiler, dass wir jetzt hier in der Bucht liegen, in der auch Böen sind, aber ja, Carlo taucht jetzt den Anker. Wir genossen die drei Tage in Schinussa sehr und waren mal wieder froh, mit eigenem Schiff keinen Zeitdruck zu haben. Ich backte Brot, Zwetschgen-Daci, wir feierten sechsjähriges Impicili mit gegrilltem Lammarm. Es gab auch einen kleinen tollen Strand. Wir sind immer noch in Schinussa, den dritten Tag. Da schwimmt der Carlo. Da ist unser Schiff, das dritte von rechts. Man zieht sich nicht gegen die Sonne. Das ist geil. Hier lagen wir jetzt drei Nächte und haben den Mail-Termin abgewettert, in Schinussa. Es ist sieben, kurz nach sieben und es geht die Sonne auf. Wir legen ab, Gott sei Dank. Wir fahren zwischen Schinussa und Antiparos. Es hat 20 Knoten Wind und Wellen. Eine Böe, jetzt gerade. Also ich habe Dauerzustand 24, 22, 7,7 ist das Höchste gewesen. Unsere Spitzengeschwindigkeit war dann mal kurz neun Knoten Speed. Und so fiel um elf Uhr der Anker im Pool oder die Blaue Lagune genannt. Eine Traumgucht. Leider war es zu windig, um dort zu übernachten. Und so fuhren wir später nach Poros Aliki weiter und ankerten da und verbrachten da den Abend an Bord. In Poros Aliki war Halbzeit bei unserem Vierwochenturn. Bleibt also gerne dabei, wenn wir über Serifos und Kytnos, die Fortuna, zurück nach Poros ins Winterlager segeln. Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.